Exoda-Blog Wissen, der Podcast, der was weiß. Ist ein iPhone sicherer als ein Android-Phone? Smartphones sind mittlerweile ein fester Bestandteil unseres Alltags geworden. Wir nutzen sie nicht nur zum Telefonieren oder für Nachrichten, sondern auch für E-Mails, Social Media, Online-Banking und vieles mehr. Mit der steigenden Bedeutung, die unsere Smartphones in unserem Leben haben, wächst auch die Notwendigkeit, sie vor Bedrohungen wie Viren, Malware oder anderen Sicherheitsrisiken zu schützen. Apple hat sich in der Vergangenheit einen Namen für die Sicherheit seiner Geräte gemacht, insbesondere bei iPhones. Eines der Hauptargumente für die Sicherheit von iPhones ist, dass Updates und Sicherheitspatches schneller bereitgestellt werden als bei anderen Smartphone-Herstellern. Doch warum ist das so und welche Vorteile bringt das für die Nutzer? Updates sind regelmäßige Aktualisierungen der Software, die nicht nur neue Funktionen einführen, sondern auch Fehler beheben und die Sicherheit des Geräts verbessern. Während andere Smartphone-Hersteller oft Wochen oder sogar Monate brauchen, um Updates für ihre Geräte bereitzustellen, veröffentlicht Apple Updates in der Regel innerhalb weniger Tage nach deren Veröffentlichung. Dies liegt zum Teil an der geschlossenen Natur des iOS-Betriebssystems, dass es Apple ermöglicht, Updates direkt an die Nutzer zu senden, ohne auf die Zustimmung oder Mitwirkung von Mobilfunkanbietern oder anderen Drittanbietern angewiesen zu sein. Dieses Engagement für die Sicherheit ihrer Geräte ist sicherlich ein wichtiger Grund, warum so viele Menschen auf iPhones vertrauen und sie als ihre bevorzugte Wahl beim Kauf eines Smartphones betrachten. Insgesamt ist die schnelle Bereitstellung von Updates und Sicherheitspatches für iPhones ein wichtiger Faktor, der die Sicherheit und Zuverlässigkeit dieser Geräte unterstreicht und sie zu einer attraktiven Wahl für alle macht. Die Wert auf Datenschutz und Sicherheit legen. Das geschlossene Betriebssystem von iPhones ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der zur Sicherheit dieser Geräte beiträgt. Im Gegensatz zu anderen Betriebssystemen wie Android ist iOS geschlossen, was bedeutet, dass nur Apple selbst Änderungen am Betriebssystem vornehmen kann. Dies erschwert es potenziellen Angreifern, Malware auf iPhones einzuschleusen. Die geschlossene Natur von iOS bringt mehrere Sicherheitsvorteile mit sich. Zum einen bedeutet dies, dass nur Apps aus dem offiziellen App Store von Apple heruntergeladen und installiert werden können. Bevor eine App in den App Store aufgenommen wird, durchläuft sie einen strengen Überprüfungsprozess, bei dem sie auf mögliche Sicherheitsrisiken und Schadsoftware untersucht wird. Dadurch wird das Risiko von Malware-Infektionen durch heruntergeladene Apps minimiert. Darüber hinaus verhindert das geschlossene Betriebssystem von iPhones, dass Apps auf tiefer gehende Funktionen des Geräts zugreifen können. Jede App läuft in einer sogenannten Sandbox, die ihre Aktionen stark einschränkt und verhindert, dass sie auf sensible Daten oder Systemfunktionen zugreifen kann, ohne die ausdrückliche Zustimmung des Nutzers. Zudem werden alle Apps, die auf einem iOS-Gerät installiert sind, durch eine Technik namens Code-Signierung geschützt. Jede App verfügt über einen eindeutigen digitalen Signaturschlüssel, der sicherstellt, dass sie nicht verändert wurde und nur von vertrauenswürdigen Quellen stammt. Wenn eine App auf einem iPhone gestartet wird und ihre Signatur nicht stimmt, wird sie automatisch blockiert, um das Risiko von Malware-Infektionen zu minimieren. Die Kombination aus dem geschlossenen Betriebssystem von iPhones, der strengen App-Überprüfung im App Store und der Code-Signierung von Apps trägt dazu bei, dass die Sicherheit auf diesen Geräten auf einem hohen Niveau gehalten wird. Während kein System absolut sicher ist, haben iPhones aufgrund ihrer geschlossenen Natur und der strengen Sicherheitsmaßnahmen von Apple einen Ruf für ihre Robustheit und Zuverlässigkeit in Bezug auf die Vermeidung von Malware-Infektionen. Für Nutzer bedeutet dies, dass sie sich darauf verlassen können, dass ihr iPhone weniger anfällig für Malware ist als viele andere Smartphones auf dem Markt. Das geschlossene Betriebssystem von iPhones schafft eine zusätzliche Schutzschicht, die es Angreifern erschwert, Schadsoftware auf diesen Geräten zu installieren und sensible Informationen zu stehlen. Insgesamt ist das geschlossene Betriebssystem von iPhones ein wesentlicher Bestandteil der Sicherheitsarchitektur dieser Geräte und ein wichtiger Grund, warum sie bei vielen Nutzern als die sicherste Wahl für ihre mobilen Kommunikationsbedürfnisse gelten. Die Kombination aus regelmäßigen Updates, schneller Bereitstellung von Sicherheitspatches und einem geschlossenen Betriebssystem macht iPhones zu einem verlässlichen Begleiter im digitalen Zeitalter. Die strenge Kontrolle im App Store von Apple hat eine entscheidende Rolle bei der Minimierung der Wahrscheinlichkeit von schädlichen Apps auf iPhones gespielt. Der App Store ist die offizielle Plattform, über die Nutzer Apps für ihre iOS-Geräte herunterladen. Bevor eine App in den App Store aufgenommen wird, muss sie eine Reihe von Richtlinien und Anforderungen erfüllen, die sicherstellen sollen, dass sie sicher und benutzerfreundlich ist. Apple prüft jede eingereichte App sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie den Qualitätsstandards entspricht und keine Gefahr für die Sicherheit der Nutzer darstellt. Die Überprüfung umfasst Aspekte wie die Funktionalität der App, die Benutzeroberfläche, die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien und die Sicherheit vor Malware oder anderen Bedrohungen. Durch diese strenge Kontrolle wird die Wahrscheinlichkeit, dass schädliche Apps im App Store landen, erheblich reduziert. Ein wichtiger Teil der Überprüfung von Apps im App Store ist die manuelle Prüfung durch Apple-Experten. Diese Fachleute überprüfen jede App eingehend, um sicherzustellen, dass sie den Richtlinien von Apple entspricht und den hohen Sicherheitsstandards des Unternehmens gerecht wird. Dabei wird nicht nur die Funktionalität der App überprüft, sondern auch ihr Verhalten in Bezug auf den Datenschutz und die Sicherheit der Nutzer. Darüber hinaus setzt Apple auf automatisierte Tools und Algorithmen, um verdächtige Apps zu erkennen und auszusortieren, noch bevor sie im App Store verfügbar sind. Diese automatisierten Überprüfungen können potenzielle Sicherheitsrisiken schnell identifizieren und verhindern, dass schädliche Apps auf iPhones geladen werden können. Dieser proaktive Ansatz zur Sicherheit trägt dazu bei, die Integrität des App Stores zu wahren und die Nutzer vor potenziellen Bedrohungen zu schützen. Ein weiteres wichtiges Element der App-Überprüfung im App Store sind die regelmäßigen Aktualisierungen und Compliance-Prüfungen. Entwickler müssen sicherstellen, dass ihre Apps den aktuellen Richtlinien von Apple entsprechen und regelmäßige Updates bereitstellen, um mögliche Sicherheitslücken zu schließen. Durch diese fortlaufenden Kontrollen wird sichergestellt, dass die im App Store verfügbaren Apps stets den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Die strenge Kontrolle im App Store von Apple schafft Vertrauen bei den Nutzern, dass sie sich auf die Integrität und Sicherheit der heruntergeladenen Apps verlassen können. Der App Store gilt als eine der vertrauenswürdigsten Plattformen für den Download von Apps, da Apple kontinuierlich daran arbeitet, sicherzustellen, dass nur hochwertige und sichere Apps zur Verfügung stehen. Durch die Kombination aus manuellen Überprüfungen, automatisierten Tools und regelmäßigen Updates schafft der App Store eine sichere Umgebung für die Nutzer, in der sie sich frei von schädlichen Apps bewegen können. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.